Hey Leute und herzlich willkommen. Das war ein kleiner Fail. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neunten Video. Und heute werden wir mal wieder eine weitere Schicht als Notarzt haben mit dem lieben Lukas. Ich würde mal sagen, hier ist ein kleiner Notfall. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt los. So, wir haben hier leider nur so ein Schmalspurauto, während hier der Lukas schon als Pro unterwegs ist. Aber ihr könnt wie immer Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. So, wir warten mal auf den Lukas. Wer der mit rein? Ah, okay. Er ist mit. Ah, okay. Das war ein bisschen los. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier direkt zum Notfall. So, wir machen das wieder aus. So, wahrscheinlich sind wir schon zu spät. Weiß ich aber noch nicht. Der Krankenwaren ist unterwegs mit Lukas und Fablos enthalten. Ja, okay. Egal. So, hier. Hier irgendwo muss der Notfall sein. Wahrscheinlich sind wir schon zu spät. So, wir müssen jetzt hier geradeaus. Ja, okay. Die gehen doch ein bisschen kaputt, die Krankenwagen. Ich habe schon einen Fahrer. So. Einmal bitte hier starten. So, wo ist denn hier der Energy? Hier beim Bus? Hier irgendwo. Ach so, scheiße. Der ist schon abgeholt. Ah, ne, Leute. Hier. Ist hier was, Leute? Da hinten? Ja, da ist einer da. Und warte, den hole ich mir. Infosieren. Let's go. Wir haben ihn. Geil. Dann können wir eigentlich nochmal das hier machen. Ja, okay. Okay. Das haben wir gemacht. So, geil. Wir haben das hier jetzt genommen. So, Leute. Eins ist, glaube ich, beendet. So, können wir hier noch ihn hier machen. So. So, Leute. Eins hat es beendet. Das war hier ja schon direkt erfolgreich. Nur, ich würde mal sagen, wir gehen mal jetzt zum Feuer, was ausgebrochen ist. Weil vielleicht ist da ja auch einer da und wer weiß. Hier irgendwo muss das Feuer sein. Vielleicht ist da ja auch einer. Welcher Polizist? Leute, welcher Polizist meinst du jetzt, Lukas? Wir fahren mal erstmal kurz zum Feuer. Ach ja, hier beim Hafen. Da brennt es. Oh, hier ist ein Media. Oh, Leute. Hier ist ein Energy. Äh, nicht ein Energy. Emergency. Habt ihr mal in die Kommentare geschrieben. Hin da, Leute. Hin da. Ja, ich rück hier auch zum Einsatz aus. Gott, hier ist noch ein Emergency. Blöder Krankenwagen aus dem Weg. Ey, der fällt jetzt rückwärts. Mega. Uh, das war doch nochmal knapp. Mann, ich kann so schlecht Auto fahren. Wirklich. Guck schon. Wir müssen jetzt hier zum Notfall. Warte, was geht denn hier gerade ab, Leute? Äh, Mann. So schlecht. Mann, ey. Wir müssen zum Emergency. Es sind jetzt so viele Emergency gerade am Start. Ey, wir müssen da jetzt schnell hin. Mit dem lieben Lukas. Hier irgendwo muss einer sein. Aus dem Weg. Oh, da war der. Scheiße. So schlecht. Hinrennen. Hinrennen. So, infusieren. Schnell, 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 schnell. So, und nochmal das hier. Ein Baggage benutzen. So, gemacht. Easy. So, der Einsatz erfüllt. Hier liegt noch einer. Ja, Leute, Krankendienst ist unterwegs. Wir wollen jetzt jeden heilen. Infusion nutzen. So, dann nochmal hier eine Infusion, Leute. Leute, wir haben hier richtig viele Einsätze. Ist ja mega geil. Dann nochmal Badage. Kommen wir hier kein Badage benutzen? Doch, Leute. Wir haben jetzt so viel XP schon direkt. Ja, hier ist schon wieder ein Emergency. Infusion nutzen. Infusion nutzen. So. Leute, wir haben so viele... Ey, Leute, was geht hier gerade ab? Wir müssen hier jeden heilen. Jo, der hat ein Messer. Chill mal, Leute. Ich nutze sogar extra eine Infusion. So, jetzt hört er auf, mich zu erstichen. Leute. Ey, so viel hatten wir echt noch nie. Haben wir noch hier Badage, Leute? Ich würde sagen, Infusionen. Ey, so viele Einsätze hatten wir noch nie. So, nutzen, nutzen, nutzen. So, geil. So, auch geheilt. Leute, guckt euch die fetten, saftigen 100 XP an. Oh, hier ist noch einer down. Junge, das ist ja hier richtig ein Traum, ist das hier für die Ärzte, Leute. Also, falls ihr Bock auf mehr Notarzt habt, dann lasst auch gerne schon mal ein dicken Like da. So. Zack, hier wieder direkt. Meine alle. Oh, ich, ey. Ich kann hier so viel XP fahren, Leute. Also, wir können in der nächsten Folge auf jeden Fall schon mal ein neues Auto uns gönnen. So, den hier auch nochmal. Ey. Okay, dann mache ich hier eben bei dem in Infusion. Einmal nochmal Badage. Oh, hier nochmal eine Infusion. So, hier auch nochmal Infusion. Ja, Hilfe, ich weiß. Leute, das ist hier ein Traum für den Notarzt. Wir können hier die ganze Zeit helfen. Junge, das ist ja hier ein super Ort. Richtig geil, eine Infusion. Danke sehr. Leute, 440 XP. Nicht mehr nochmal. Ja, hier der Arzt kommt. Der Arzt kommt. Der Arzt haltet hier. Leute, ey. So viel hatte ich ja echt noch nicht. Also, hier ist heute eine ganz besondere Folge. Ey, wie geil. Wir warten hier mal direkt. Guck mal, guckt ihr das an. Wie viele? Guckt euch das an. Hier. Wie viele Notfälle hier sind. Das ist doch nicht mehr normal. Hier überall ist ein Krankenwagen abgebildet. Das ist hier ein Traumnest. Das ist hier noch irgendwo einer, Leute. 145 XP. Okay, die Baggage springen ein bisschen mehr. Hier liegt noch einer. Okay, den holt Lukas schon. Ich mach nochmal hier Badage. Kann ich nicht mehr. Infusion. Ja, okay. Dann machen wir eine Infusion. So. Leute. Also, guckt euch das an. Das ist doch nicht mehr normal. Hier überall sind Emergencies. Ey, jetzt ist hier ein Traum. Also, für die Menschen nicht, aber für uns. Haben wir noch irgendwo einen? Jetzt ist es vielleicht nicht so actionreich, aber... So, Leute. Mal gucken, ist hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, ein Feuer ist ausgebrochen. Die Infusion. Lass mich mal die Infusion nehmen. Danke. Ey, wir haben gleich keine... Wir können noch eine nehmen. Lol. Lol. Das bringt uns nochmal saftige XP. Zack. Ja, okay. Saftig. Wir nutzen hier alles. Leute, ich würde mal sagen, mein Lukas, wir gehen mal wieder. Hier war ein ganz schönes Leichennest, kann man sagen. Aber auf jeden Fall, Leute, 165 XP. Also, wir können uns hierzu schon easy neues Fahrzeug gönnen. So, Lukas, hier zum Feuer, würde ich sagen. Oh, hier soll das Feuer sein. Wahrscheinlich sind wir schon zu spät, weil es ist schon gefühlt vor zwei Stunden ausgebrochen. Ey, so viele Einsätze und dann alle an dem gleichen Ort, ey. Das ist schon echt ein bisschen geil. Oh, das Wasser habe ich gleich gesehen. Ja, chillt doch, Leute. Ein kleiner... Ey, was macht denn diese blöde Laterne da oder was das war? Eine kleine Abkürzung. Ach, da brennt das immer noch. Naher ist es dann eine Leiche. Ah, Leute, wann kommt das Video an? Ohne, Leute. Also, wahrscheinlich heute. Also, wir haben jetzt hier den 18. Vielleicht kommt es auch morgen. Also, von meinem Zeitpunkt aus. Äh, ja, wahrscheinlich... Hier brennt es. Weil hier ist keiner download. Ohne, Leute, ich würde mal sagen, ich schreibe mal heute vielleicht. Heute kann das schon on kommen. So, die liegt hier irgendwie in der Leiche. Zum Glück nicht. Leute, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier zur Feuerwache. Denn wir können jetzt richtig geil erstmal ein bisschen XP und so haben. Oh, das Auto ist auch gleich kaputt. Vielleicht nicht so geil. Leute, wir lassen ausrollen. Ey, der Tank ist schon wieder. Wir haben doch erst aufgetankt. Leute, wie schnell geht der Tank leer? Ja, easy, Leute. Wir crashen extra nicht. Leute, sorry, das war nicht extra. Äh, unser Auto ist auch gleich kaputt. Komm, bis zur Feuerwache müssen wir es doch echt noch schaffen. Ey, wenn jetzt bis zur Feuerwache die Dinge kaputt geht, dann ist das Video sofort vorbei ohne Verabschiedung. Komm, wir müssen doch jetzt hier zur Feuerwache kommen, ohne dass uns hier einer entgegenkommt. Oder ohne, dass wir hier wieder crashen. Ja, so. So, Leute. Ich muss nämlich meine Sachen auffüllen. Ja, easy, Leute. Komm schon. Zack. Warte, ich mach das Auto jetzt extra kaputt, weil wir sind eh bei der Feuerwache. So, kaputt. Aber wir sind jetzt eh bei der Feuerwache. Können wir direkt ein neues spawnen. Leute, erstens, wir haben richtig viel XP. Also wir können jetzt echt, äh... Also da in den nächsten Folgen, da wird auf jeden Fall noch einiges on kommen, Leute. Hier können wir ja auch jetzt einen Leibkegel... Ja, wir haben noch genug XP. Leute, einmal kurz hier wieder ganz viel ausrüsten, Leute. Zeig. So, wieder voll gemacht. So, dann haben wir das wieder abgeschlossen, Leute. Ich würde mal sagen, ich beende kurz die Schicht. Und, äh, mach die dann wieder. Und jetzt ich meine XP bekomme. So, Schicht beenden. So, alles gut, Leute. Wir haben jetzt gut XP. Lass mal gucken. Genau, jetzt haben wir sogar einen Leibkegel. Zack. Geht doch, Leute. Oh, Leute, hier. Ein Notfall. Äh, alle Einsatzkasten Notfall. Ja, komm, geh in dein Auto. Ach, Mann, so schlecht. Ja, wir holen dir das hier. Zack. Komm, Lukas. Wieso fährt der jetzt allein? Aber egal. Mann, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. So, direkt zum Einsatz rausrücken. So. Haben nur kurz die Schicht beendet. Nein, okay, wir haben die Sachen noch in Irwanderung. Ich dachte schon. Junge, was kommt denn die Polizei so? Ja, chillt mal. Junge, mein Auto ist umgekebt. Einmal bin ich. Ich bin nicht als Passagier rein. Ey, mein Notarzt. Nein, ich will ihn doch holen. Wir holen ihn als Community. Hier beim Juw ist einer da. Da. Oh, ein Miner, 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 Miner. Erstmal ein Bandage. Das bringt mehr XP. So. Bandage wahrscheinlich. Und Infusion. So, easy geht doch. Hallo. Moin. Na, wie geht's dir? Wir machen hier noch mehr Infusion. So viel wie geht. Weil das bringt saftige XP rein. So, zack. Ja, mein Lieber, wie geht's? Wir machen hier so viel Infusionen, bis hier nicht mehr geht. Leute, danke, dass du auch hier stehen bleibst. Da können nämlich diese ganzen... Können wir jetzt noch was machen? Nee, okay. Du bist geheilt. So, Lukas. Dann, äh... Hier ist keiner mehr down. Einsatz beendet. Wir haben wieder direkt 35 XP. Okay, du, Lukas, will nicht mit rein. So, Leute, ich würde mal sagen, wir warten auf den nächsten Einsatz. So, Leute, es geht hier direkt weiter. Wir haben hier gerade ein bisschen Scheiße gebaut, wie ihr hier seht. Ja, sieht vielleicht jetzt ein bisschen komisch aus, die Absperrung. Aber egal. Äh, Leute, hier direkt nächster Einsatz am Start. Ich hoffe, die Aufnahme geht noch. Leute, hier noch ein Einsatz. Ja, 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 wir fahren ja schon. Alles gut. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, Leute. Wir haben ja auch direkt ein Bad Edge. Hier sind richtig viele down. Das ist ein Paradies. Bad Edge nutzen. Ey, Leute, Infusion, Infusion ohne Ende, Leute. Infusion durchballern. So, direkt hier nächste Infusion. So, zack. Direkt nächste, Leute. Bis zu 75% Leben kann man eine infusieren. Eine können wir noch. Ne, können wir nicht. Okay. Dann eben der hier. So, schnell, schnell, schnell. Ja, geil. So, wir machen den jetzt voll. So. Das müsste ausreichen. Jetzt haben wir den auch voll gemacht. Leute, wo ist eigentlich unser Auto? Ach, da hinten. Ey, Digga, fahr mich doch nicht um. So, ich würde mal sagen, Feuer ausgebrochen. Ja, kann man machen, Leute. Aber da ist bestimmt keiner. Wir können aber trotzdem mal zu uns vor Ort hingehen. Leute, in der letzten Folge waren wir ja so dumm. Und haben einfach nur... Oh, Leute. Und Not. Energy Core. Oh, nein. Wir sind falsch gefahren. Mann, wir wollen doch zum Energy. Leute, wir müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen. Wir haben nur noch 4 Liter. Leute, der Sprit ist gleich leer. Aber wir müssen jetzt zuerst zum Energy. Wie wollen wir denn? Nenne ich das eigentlich mal Energy? Ja, ich rück auf hier zum... Ey, Mann. Das ist ein blödes Schild. Ja. Digga. Schilder nerven. Ich weiß nicht, warum es Schilder gibt. Ich hoffe, der andere kommt auch mit. Ja, wir müssen jetzt zum Notfall. Ja, hier nochmal. Okay, wir gehen jetzt hier hin. Weil zum anderen, das sind schon zu viele. Notfall. Ja, wir fahren doch hin. Mann, so schlecht. Wir sind nur am Crashen. Lukas, ich rück auch zum Einsatz raus. Da, da ist einer Daun. Nee. Leute, wo ist der? Wo ist denn der Dauner? Ach, der ist da drin. Oh nein, da. Bad Edge nutzen. So, Infusion nach dem anderen. Oder eine nach dem anderen. Der wird jetzt richtig gut geheilt von uns. So, und Notarzt ist schon geil. Ey, direkt verfestgenommen. Warte, noch kommt noch eine E-Fusion. Komm, eine kann die noch vertragen. Ey, her, komm. Bitte, lass doch noch eine E-Fusion nehmen. Ey. Die rennen einfach weg mit der, Leute. Ja, wir können es doch machen. Wir können es machen. Komm, 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 komm. Haben wir geil. So. Leute, aber ich würde mal sagen, wir haben heute echt... Können wir den noch? Nee. Können wir dich hier infusieren? Na, Leute, hier. Notfall. Es ist doch noch nicht vorbei. Die Folge, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Ey, so schlecht. Die ganze Zeit. Leute, die Folge geht im Rohschnitt gefühlt 45 Minuten. Und sich wird das bei euch ein bisschen zusammengekattet. Zum Emergency Call. Mann, ich... Geh rein, Lukas. Lukas, geh rein. Geil. Die Bullen müssen doch nicht immer direkt huben. Ey. Fall doch nicht in dich rein. Nee, der kommt hier nicht mit. Nee, wir wollen den nicht. Wir wollen hier alleine. Der Schenzen verheiratet. Der ist nicht drin. Junge, der Polizei gönnt mich. Danke sehr, Polizei. So. Wir müssen genau hier lang, Leute. Die saftige Abkürzung. Wer kennt es nicht? Mann. Leute, da hinten ist einer da. Da, auf den Schienen. Der wurde wahrscheinlich vom Zug überfahren. Ja, so schlecht. Der wurde vom Zug überfahren. Leute, auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. Also nicht sich so sagen... So, egal, wenn hier so ein blöder Zug kommt. Leute, wir müssen den heilen. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E der andere regt sich so auf oh nein lukas das geht ja gar nicht leute aber leider haben wir jetzt nichts mehr lukas ich habe leider nichts mehr ich habe nichts ich habe leider nichts mehr aber dann würde ich sagen falls euch dieses notarzt video gefallen hat und ihr bock auf mehr notofarmgruppe notarzt habt dann lasst gerne ein like da abonniert wenn ihr es noch nicht habt auch wenn die gerade viele notfälle sind bis dahin und tschüss